Hallo und herzlich willkommen hier zu Let's Play Minecraft mit Rimscape100 und dem Bicky. Hallo! So. So, sagt der Bauer. Nigger. Junge. Warte. Das ist doch die Scheiße, Mann. Aber nein. Ich müsste ja nun langsam alle wissen, dass ich das nicht ernst meine. Scheiße. Aber nein. Nein, Skeletten. Ey, die treffen aber alles. Ja. 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 Nee. Ja. 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 Scheiße wieder aufzubauen die Tieren die schon bei der Idee die Kiege an scheißen ganz toll Mann, wo ist jetzt hier diese Drecksfotzenspalt hier? Gut, das war es dann doch nicht. Eigentlich in unserer Klasse, die eine ist voll geil, ne? Was, warum? Warum? Die ist so geil, die sagt, dass Angela Merkel Nazi ist. Angela Merkel, ja, die ist Nazi und Putin ist so der, der freundliche und so. Sagt ihr, das meint die ohne Witz ernster, weil die Russland ist und so. Putin ist ja auch cool. Nee. Ist schon cool. Nee. Eben nicht. Sagt mir, was an dem cool ist. Alles. Der machte da eigentlich alles richtig. Ich meine, Ukraine hat ja angefangen, ne? Nur mal so. Aber okay. Wladimir hat ja den ganzen Scheiß angezettelt. Also, hier, hier, Klitschko. Also, das ist seine Schuld und nicht Putins. Ukraine kam ja alleine klar und darum wollte Putin eigentlich eingreifen und jetzt ist sie dann dabei rausgekommen. Hot. Unsere Sportlehrerin war geil, Alter, die sagt erst mal zum Polen, dass er Nazi ist. Bis her, Geldof. Ja, man. Die hat die is of bitten, Alter. Ja genau, wie sollten wir runterkommen, Alter. Ih, das ist ein Roboter. Ihr, das ist ja böse. Ja, man ist böse. Junge, der schmeißt mit Blöcken, Alter. Ah, das ist ein Minigohle. Die Junge, der schmeißt mit Blöcken, Alter. Die Junge, der habe mich abgesniped, Alter. Der schmeißt nur einen Riesenkarton, einen Riesenkarton, einen Riesenblock auf mich, Alter. Ich schier eine Ficker. Hängt zwar neu hin, aber... Was hast du mir überlegt, ey? Der Ficker, hä? Den mal zeig, ey doch! Alter, jetzt ist er wieder so ein dreckiger Hundesohn. Ich boxe ihn jetzt gleich runter da. Den meint er. Junge, der fickt mich richtig! Alter, schmeiß die sonst wohin! Alter! Junge, ich kann auch nicht an ihn ran. schweißen blöcke entweder in der umkomme bis geburt darum ist ja immer noch ein Schaf, Alter, ist ja witzig freut mich weg okay, wir brauchen eigentlich nur Erde, meine Freunde scha-assi, Alter ja, genau Alter, Junge, ich komm da nicht runter, Alter ich brauch ne Leiter oder zum Müll das heißt, ich krieg die Hälfte des CP schon runtergezogen wenn ich an diese komische Muschi rindspringe ja, muss ich ja bau dich doch runter ja, ohne Sache ist das ein bisschen zeig man, da ist Stein, du Idiot Junge, ich kann den Stein aber nicht abbauen die Spitzhacken ja, hab ich grad aber nicht bei und sonst ist das Zeug weg, ey, wie ich wieder die Spitzhacken und den ganzen Müll abgebaut hab naja, wenn du meinst kleiner Game naja, wenn du meinst kleiner Game und so ich hab nur Zwisch-Spitzhacken und ihr habt Dreck, ey Alter, die vergewaltigen mich richtig, Alter der Golem, Alter, der chillt seine Eier gar nicht da wär mir die Oga ja jetzt lieber ne, der wär mir ja nicht lieber ne, ich mein ja und in der Höhle jetzt ja, der in der Höhle ja, aber dann könntest du ja die Erze wieder einsammeln, wenn er die wegkommt ja, aber ich meine, der schmeißt mich nicht von da hinten irgendwie mit riesen Blöcken ab die mir zwei Hits geben und ich direkt wieder irgendwo runterfall und tot bin find das süß find das süß find das süß wird schon wieder dunkel ey schnäht in der Scheiß oh, ihn scharfen haben wir noch äh, weizsam mit nicht das ist nicht so äh farmgucken da haben wir da wieder weit rüber geht sie runter, Aaron die Zombies ja auch noch da bumm, verpissig ooooh ganz runtergefahren jonge was eine Missgeburt chapelle soo leu, der Golem ist jetzt auch weg ja, und dann steht noch Silverskelettern, alter wie soll ich hier überleben, alter, das ist ja schlimmer als normal das ist ja jetzt ohne Mod junger, der steht hier und Golem mit Steine bewirft, weißt du die nimmt einfach mal die Blöcke hoch und bewirft mich damit das ist einfach mal so ein bisschen Hardcore-mäßig hier ja, von den Spielern auf ich bin ja glaub ich nur auf Easy oder so Müll, oder? normal ja ok, normal ist auch nur eigentlich einfach sehr schlimmer das ist cooler 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 mit schlimmer sich sterb hier locker gleich wieder mein live reckt schon wieder nicht Alter, dieses Drecksvieh! Alter, Fick doch schon wieder ab. Ich glaub ja wohl, Oger rennen, den wieder mit locker. Okay. Haben wir zu wenig nur ne Trul, die ich mitnehmen kann, damit ich da mal ein paar Erzeren packen kann? Äh, ich kann ja ne Trummochen. Ja, und ne Webmensch findet. Das deutsch werden nämlich, um es ist okay. Hä, holz, schwär, den brockenen Schwanz. Ja, damit kann ich den aber wenig ein bisschen... Ja, ich weiß. Du brauchst so ein oder zwei Truhen. Zwei am besten, und Mike, die mal schon am Anfang. Dankeschön. Lass mal vorher bitte noch pennen, bevor du gehst. Hä, ohne Witz. Ja, toll, dann ist mein Zeug auch gleich weg. Ja. Da muss ich jetzt nochmal Holz mitnehmen. Sechs Steine am Holz. Tschüss Schatz, ich gehe arbeiten. Heute Abend ist Essen fertig. Jetzt gibt's Klopper. Mann, jetzt muss ich hier wieder runterspringen. Hälfte des Lebens wieder weg. Oh, was kann man denn noch hier bauen? Und... Geh... Ich brauche einen Diamant ein Schwert. Ich brauche einen Diamant ein Schwert. Ich brauche einen Diamant ein Schwert. Wie heißt leh? Schwul! Oh, was ist das denn? Sag doch mal nie. Also. Ist ja dumm. Pat Amulett? Leh. Ja... Das sieht hier cool aus. Leider haben wir Kitschstein. Also das ist natürlich ein bisschen uncool. Ich hab 52 Steine, ich stell dir jetzt, weißt du noch, wo die Spalte ist? Ah ja. Na, ich stell dir dann, am besten ist, wenn du eine Leiter irgendwie mal runterbauen könntest. Nee, das ist die Brücke, das ist ein anderes Holz. Hey, kann man dazu eine Editholz nehmen? Nein, ich brauch das Holz jetzt mal für was anderes. Kannst du da einen Wasserfall runterballern oder so. Ach scheiße, stimmt. Ich muss mir trotzdem nochmal nach oben bauen. Nee, Editholz. Kein Bock jetzt drauf. Folge mir.